Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Ist das wahr? Ist das Gorgonzola? Ja, ganz genau. Angenommen, ihr habt nicht gerne Gorgonzola. Würdet ihr den auch kaufen, wenn ihr 50% Aktion ist? Wahrscheinlich nicht. Er stinkt ja dann nicht um die Hälfte. Also geht es nicht um Preis-Leistung, sondern um Preis-Nutzen. Was wir wirklich vergleichen, ist der Preis mit dem Nutzen und nicht mit der Leistung. Das ist wahr. Was ist dein Tipp? Ganz einfach. Verkauft euren Kunden keine Produkte, keine Dienstleistung. Verkauft und Nutzen. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Kalender-Tipp. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.